Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Ja, das sieht gut aus. Diesmal schaffen wir das. So schwer ist Kochen doch nicht. Zwiebeln schneiden, das mache ich. Du schneidest den Fettakäse in kleine Stücke. Alles? Ja, wir brauchen 250 Gramm. Danach schneidest du die Tomaten und den Schinken klein. Und zum Schluss legst du alles auf den Pizzateig. Schau mal, hier im Kochbuch steht. Schneiden Sie zuerst den Käse klein. Schneiden Sie dann die Tomaten und den Schinken in Würfel. Legen Sie alles auf die Pizza und schieben Sie die Pizza für 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Okay. Meine Schwester kann sehr gut kochen und backen. Ich leider nicht. Ich auch nicht. Aber Pizza backen ist leicht. Ja. Guten Appetit. Ja. Ich werde das jetzt nicht. Ich werde das jetzt nicht. Ich werde das jetzt nicht. Es geht nach.